Kapitel 2 Europäische Entdecker Worum handelt es sich in Kapitel 2? Das letzte Kapitel konzentrierte sich auf die Anishinabe, die Haudenosaunee und die M.I.G.M.A.G., drei der vielen Völker, die ursprünglich in Nordamerika lebten. Dieses Kapitel konzentriert sich auf die französischen und britischen Entdecker, die Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts in Nordamerika anzukommen begannen. Sie etablierten eine Ära von dauerhaftem Kontakt mit den First Nations und Inuit-Völkern, die hier lebten, und setzten Veränderungen in Bewegung, die Kanada noch heute prägen. Hauptfragen Warum erforschen Menschen neue Länder? Europäische Entdecker kamen nach Nordamerika mit der Absicht, neue Gebiete für ihre Heimatländer zu beanspruchen und zu beherrschen. Diese Idee heißt Imperialismus. Welche Auswirkungen hatte europäischer Imperialismus auf die First Nations Völker? Welche Rolle spielten die First Nations in der europäischen Erforschung von Nordamerika? Warum ist die Geschichte der europäischen Erforschung noch heute wichtig? Europäische Erforschung von Nordamerika Die europäische Erforschung begann im Osten und setzte sich in den Westen fort. Wie erklärt Geografie, die geografische Lage von Europa und Nordamerika, diesen Verlauf? Du könntest vielleicht auf einen Globus oder auf eine Landkarte schauen, um deine Antwort zu formulieren. Diese Landkarte zeigt die Grenzen der heutigen kanadischen Provinzen und Territorien. Diese Grenzen existierten nicht, als Europäer Nordamerika entdeckten. Sie dienen hier nur als Orientierung. Finde Alberta auf dieser Landkarte. In welchem Jahrhundert begannen Europäer Alberta zu erforschen? Kapitelaufgabe Gestalte eine Briefmarkenreihe von Entdeckern Drück deinen Stempel auf die Geschichte Kanadas Canada Post gestaltet eine neue Briefmarkenreihe mit europäischen Entdeckern Interessierte Kanadier sind eingeladen, ihre Ideen für eine neue Reihe zu teilen und ihre Vorschläge zu unterbreiten. Die Briefmarkenreihe soll vier bis sechs Briefmarken enthalten, die sowohl französische als auch englische Entdecker darstellen. Mit der Unterstützung von Anschauungsmaterial und geschriebenem Text muss dein Vorschlag folgendes erklären. Deine Gründe, warum du deine Entdecker ausgewählt hast Den historischen Kontext von jeder Briefmarke Den Kontakt zwischen diesen Entdeckern und First Nations Die unterschiedlichen Perspektiven der First Nations Völker und der entdeckenden europäischen Völker Du darfst deine Ideen in einer der folgenden Formen vorbereiten A. Eine Zeichnung von jeder Briefmarke mit einem Brief, der die oben genannten Hintergrundinformationen für den Postmeister beinhaltet B. Eine Werbung für die Briefmarkenreihe, im Fernsehen, Radio oder in Druckmedien, die deine Briefmarken beschreibt und wichtige Informationen dazu gibt C. Anleitungen für den Künstler, der die Bilder für deine Reihe gestalten wird Du sollst beschreiben, welche Bilder du dir vorstellst und die notwendigen Hintergrundinformationen dazu geben Deine Briefmarkenreihe, die als Sammlerstück gedacht ist, soll Kanadien wichtige Informationen vermitteln und auch ihr Interesse für die Reihe wecken Viel Glück! Vielleicht drückst du deinen Stempel auf die kanadische Geschichte Europäische Entdecker kommen an Bereite dich vor Wenn die Europäer dieses Land nicht entdeckt hätten, wäre Kanada ganz anders, als es heute ist Ein wichtiger Teil der Geschichte Kanadas liegt im Grund, warum Europäer erforschten In diesem Abschnitt gibt es Informationen, um die folgende Hauptfrage des Kapitels zu beantworten Warum erforschen Menschen neue Länder? Während du diesen Abschnitt liest, suche nach Beispielen für die Push-Faktoren, die Europäer zum Erforschen drängten Beispielen für die Pull-Faktoren, die Europäer zum Erforschen in Nordamerika lockten Welche Art von grafischen Mitteln würde dir helfen, einen Überblick über diese Push- und Pull-Faktoren zu erhalten? Schlage die Möglichkeiten auf Seite 388 bis 391 im Kompetenzbereich nach Wonach suchten die Europäer? Im 14. Jahrhundert wurden Handelsrouten über Land zwischen Europa und Asien unterbrochen Das riesige mongolische Reich, das diese Handelsrouten unterstützt und verteidigt hatte, begann unterzugehen Das mongolische Reich verlor an Macht zugunsten des Osmanischen Reiches im Nahen Osten und der Ming-Dynastie in China Deswegen wurden die Routen für Angriffe anfälliger und immer gefährlicher zu bereisen Diese Unterbrechung des Handels mit Asien trieb den Preis von Seide und Gewürzen aus Asien in Europa hoch Die Preise stiegen wegen Angebot und Nachfrage an Obwohl das Angebot von diesen Gütern aus Asien abnahm, blieb die europäische Nachfrage nach diesen Gütern relativ hoch Manche Leute in Europa erkannten dies als eine Gelegenheit Wenn sie die Versorgung von Handelsgütern aus Asien sichern könnten, würden sie ein Vermögen verdienen Die Unterbrechung, Störung von einer gewohnten Art, etwas zu tun abnehmen, geringer werden Wie ermöglichte Technologie europäische Erforschung? Die ökonomische Gelegenheit, die wegen der Unterbrechung von Landwegen entstand, stellte auch eine Herausforderung dar Wie konnten Europäer Asien erreichen, wenn sie nicht zu Land reisen konnten? Wenn du nicht zu Land reisen kannst, wäre die einzige andere Möglichkeit, zu Wasser zu reisen Europäer hatten Schiffe, genau wie die Menschen in China, im Nahen Osten und in Indien Seereisen bargen aber viele Risiken Die Schiffe waren langsam und schwer zu lenken Auf hoher See könntest du dich leicht verirren Schlechtes Wetter könnte deine Reise und sogar dein Leben beenden Außerdem glaubten die Leute zu dieser Zeit, dass die Welt flach sei Stell dir vor, du bist ein Matrose im 14. Jahrhundert Wie würde das Zeitalter deine Meinung über die Risiken von Seereisen beeinflussen? Fast ein Jahrhundert lang verhinderten die Probleme von Seereisen, dass die Europäer neue Handelsrouten nach Asien etablierten Im 15. Jahrhundert begannen die Europäer Schiffe zu bauen, die schneller und einfacher zu manövrieren waren Sie begannen auch, Navigationsgeräte zu benutzen, die von den alten Griechen und von arabischen und chinesischen Matrosen entwickelt worden waren Den Kompass und das Astrolabium Du weißt schon, dass ein Kompass dir deine Fahrtrichtung zeigt Mit einem Astrolabium kannst du deinen Standort anhand der Sonne oder der Sterne einschätzen Welche Herausforderungen an Seereisen könnten die Seefahrer mit solchen Geräten bewältigen? Das Astrolabium half Seefahrern, Längengrad und Breitengrad zu bestimmen Warum wären solchen Informationen nützlich? Warum kamen Europäer in den Ländern an, die später Kanada wurden? Die Portugiesen waren die Ersten, die die neuen Schiffe und Geräte einsetzten Sie entschieden sich, nach Osten zu segeln, um Asien zu finden Mit Rücksicht auf ihre Kenntnis von Geografie, warum machte ihre Entscheidung Sinn? Die Portugiesen wussten, dass ein östlicher Seeweg nach Asien nicht durch das Mittelmeer ging Weil das Mittelmeer schon gut bekannt und gut kartiert war Ein östlicher Seeweg, wenn es überhaupt einen gab, könnte vielleicht südlich vom Mittelmeer liegen, irgendwo um Afrika 1488 umrundete ein portugiesischer Entdecker, Bartholomeu Dias, die Südspitze Afrikas, das Kap der guten Hoffnung Bald begannen portugiesische Schiffe in Indien anzukommen Die Portugiesen wollten nicht, dass andere Europäer ihnen nach Asien folgten und den reichen Handel mit asiatischen Gütern teilten Sie taten ihr Bestes, den östlichen Seeweg nach Asien zu kontrollieren Gab es noch einen Weg nach Asien? Christoph Kolumbus glaubte es jedenfalls Er glaubte, er könnte nach Westen segeln, um den Osten zu finden Unterbrechung der Handelsrouten über Land zwischen Europa und Asien 14. Jahrhundert, 15. Jahrhundert Heute existieren das Mongolische Reich, das Osmanische Reich und die Ming-Dynastie nicht mehr Ein Beispiel dafür, wie Gesellschaften sich im Laufe der Zeit verändern Historische Landkarten helfen uns, Informationen über die Vergangenheit und über Veränderungen im Laufe der Zeit zu sammeln Kolumbus war ein italienischer Seefahrer, aber er war auch ein Geschäftsmann und Abenteurer Genau wie jemand heute, der eine gute Idee, aber kein Geld hat, suchte er nach Geldgebern, um ihn zu finanzieren 1492 erklärten sich König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien bereit, Geld in seine Expedition zu investieren Sie schlossen einen Vertrag mit Kolumbus ab Wenn er Asien erfolgreich entdeckte, würde Spanien 90% von seinen Gewinnen bekommen, und er würde den Rest behalten Natürlich fand Kolumbus Asien nicht Er landete in der Karibik Von dort aus reisten spanische Entdecker weiter nach Mittel- und Südamerika, wo sie das Gold der Inka- und Aztekenreiche fanden Sie plünderten das Gold aus Amerika und versklavten das Volk, um in den Minen zu arbeiten Gold aus den Amerikas machte Spanien in dieser Zeit zum mächtigsten Land in Europa Cabotos Erforschungsrouten Cabotos war der erste Europäer, der seit den Wikingern in diesem Gebiet in Nordamerika landete, aber Historiker wissen nicht genau, wo er landete Cabotos unternahm auch eine zweite Reise im Jahr 1498, aber er ist auf sie geblieben, vermutlich vor der Küste Neufundlands Nach den Reisen von Kolumbus interessierten sich Großbritannien, Frankreich und die Niederlande für westliche Erforschung Da Spanien den Seeweg in die Karibik kontrollierte, konzentrierten sich diese Länder auf nördliche Routen Sie wählten oft italienische Seefahrer aus, um ihre Unternehmen in die unbekannten Gewässer des Atlantischen Ozeans zu leiten Zu dieser Zeit beherrschte Italien die Handelswege auf dem Mittelmeer, deshalb sind italienische Seefahrer die erfahrensten Matrosen in Europa 1497 landete eine englische Expedition, geführt von dem italienischen Seefahrer und Händler Giovanni Cabotos, in Neufundland und beanspruchte das Land im Namen Englands Cabotos kehrte nach Europa mit Berichten von Seen zurück, die so voller Fische waren, dass man sie kürbeweise aufschaufeln konnte Bald begannen Schiffe aus Europa vor der Ostküste der Länder, die später Kanada wurden, zu fischen Die Schiffe kamen im Sommer an und kehrten im Winter heim, und sie gingen nur an Land, um ihren Fang zu trocknen und um ihr Frischwasser aufzufüllen Hier trafen sie unter anderem die M.I.C. Mark und die Biotoker Diese Begegnungen hatten sowohl positive als auch negative Auswirkungen Beantworte Warum erforschen Menschen neue Länder? Hier unten sind zwei Ideen, die vielleicht in unserer heutigen Welt erforschenswert sind Erster zuerst frag dich, ob es immer Land ist, das wir erforschen Was könnten wir auch noch erforschen? Zweiter zweitens, müssen wir immer neue Orte erforschen? Wäre es möglich, was Altes wieder zu erforschen, um vielleicht irgendwelche neue Sachen zu finden? Dies ist eine Nachbildung von Nina, eines von Kolumbus-Schiffen Aus wessen Perspektive hat Kolumbus Nordamerika entdeckt, inwiefern ist diese Perspektive ungenau? Fokus auf Forschung Ein Fragebogen über Erforschung Das Thema Welchen Einfluss hat Erforschung in der Vergangenheit und in der Gegenwart auf unsere Gesellschaft heute? Inwiefern wird Erforschung eine große Rolle in der Zukunft unserer Gesellschaft spielen? Einstieg Arbeite mit deinen Mitschülern, um einen Fragebogen über das Thema zu entwerfen Dein Fragebogen soll wenigstens fünf Fragen enthalten Überleg dir, welche Art von Informationen du sammeln willst Willst du die Meinungen von anderen über das Thema sammeln? Oder willst du wissen, ob andere Leute mit bestimmten Ideen einverstanden sind oder nicht? Deine Entscheidung wird die Fragen für deinen Fragebogen beeinflussen Dein Ziel Als Einzelarbeit, entwickle einen Prozess zur Sammlung von Informationen, der die folgenden Fragen beantwortet Fragen bringen manchmal Antworten hervor, die du nicht erwartetest oder wolltest Wie kannst du die Fragen überprüfen, die deine Gruppe für deinen Fragebogen entwickelte? Wie kannst du die Privatsphäre der Menschen schützen, die deinen Fragebogen ausfüllen? Wie kann Technologie dir bei der Sammlung von Informationen für deinen Fragebogen helfen? Abschließende Arbeit Gib wenigstens zwei Personen deinen Fragebogen und bereite dich vor, deine Ergebnisse zu besprechen Perspektiven über Erforschung Wie wäre es, wenn wir morgen ein Raumschiff starteten, um unsere Galaxie zu erforschen? Was wäre deiner Meinung nach die Mission des Raumschiffes? Warum würden wir Entdecker ins All schicken? Die europäischen Monarchen und Händler, die Schiffe ins Ungewisse schickten, hatten eine klare Antwort auf die Frage, warum erforschen? Im Jahr 1497 segelte Giovanni Cabotu zum Beispiel im Auftrag, und mit der Vollmacht, des englischen Königs Der Auftrag lautete, dass Cabotu und seine Söhne die Vollmacht hatten, die von ihnen neu entdeckten Erländer im Namen Englands zu erobern, zu besetzen und zu besitzen Das heißt, das Ziel von Erforschung war es, ein Reich aufzubauen, über andere Länder und andere Völker zu herrschen Dieses Ziel ist als Imperialismus bekannt Welche Auswirkungen hatte der Imperialismus auf die Völker, die schon in den neu entdeckten Erländern wohnten? Der Imperialismus Eine Politik, Entscheidung eines Herrschers oder einer Regierung von einem Gebiet, über andere Gebiete zu herrschen Beantworte Manche Kanadier betrachten Giovanni Cabotu als einen Entdecker, andere sind anderer Meinung Dr. Daniel N. Paul, ein Mitmark-Autor und Journalist, beschreibt Cabotu zum Beispiel als einen Angreifer Erster Was sind die Merkmale eines Entdeckers? Erstelle eine Liste von wenigstens drei Wörtern Zweiter, erstelle eine Liste von wenigstens drei Wörtern, um einen Angreifer zu beschreiben Dritter, inwiefern weist Giovanni Cabotu sowohl Merkmale eines Entdeckers als auch solche eines Angreifers auf? Wähle wenigstens ein Wort von jeder Liste aus und erkläre deine Entscheidungen 1938 malte der kanadische Künstler J.D. Kelly dieses Gemälde, First British Flag on North America Europäische Entdecker beanspruchten Land, indem sie eine Fahne hissten oder, häufiger, ein Kreuz errichteten Die Fahnen und Kreuze dienten als Verbotsschilder für andere Entdecker, die aus anderen europäischen Ländern kamen Kontakt mit den First Nations Völkern Bereite dich vor Während du den folgenden Abschnitt liest, denk an diese Hauptfrage des Kapitels Welche Auswirkungen hatte europäischer Imperialismus auf die First Nations? Benutze ein grafisches Mittel, um Beispiele von positiven und negativen Beziehungen, die sich zwischen den Europäern und den First Nations entwickelten, zu sammeln Behalte den Überblick darüber Wer diese Beziehungen entwickelte Was charakterisiert diese Beziehungen? Handel mit den Mi'kmaq Hast du schon mal mit deinen Freunden was getauscht? Wenn du etwas tauschen willst, fragst du dich normalerweise Was ist für mich vorteilhafter, meine Sachen zu behalten oder neue Sachen zu bekommen? Deiner Erfahrung nach, wie beschreibst du einen guten Tausch? Und einen schlechten? Zu Beginn des 15. Jahrhundert und nach der britischen Expedition von Giovanni Caboto kamen die Mi'kmaq in regelmäßigen Kontakt mit Europäern, die vor der Ostküste Kanadas fischten Als die Mi'kmaq und die Europäer begannen, einander zu begegnen, dachten sie auch über die Vorteile von Handel nach Während des 16. Jahrhundert begannen Europäer vor der Ostküste Nordamerikas zu fischen Eine europäische Perspektive In Europa gab es eine hohe Nachfrage nach Fisch, deshalb konnten Europäer mit dem Fischen von Kabeljau viel Gewinn machen Und wie war es mit Pelzen? Könnten sie auch Pelze verkaufen? Einige First Nations waren scheinbar bereit, ihre Pelze zu tauschen Europa hatte jedoch selber Pelztiere und auch einen bestehenden Pelzhandel mit Russland Wären Pelze aus dieser neuen Quelle konkurrenzfähig? Ein Versuch lohnte sich, solange es nicht zu viel kostete, die Pelze zu bekommen Vielleicht würden Pelze neben Kabeljau auch zu einem profitablen Nebengeschäft werden Eine Mi'kmaq Perspektive Erarbeitet mit Hilfe von Orjedo, Mayapukak First Nation Die Mi'kmaq betrachteten das Handeln als eine Form, gute Beziehungen mit anderen Völkern aufzubauen Das Geben und Empfangen von Geschenken zeigte Respekt und guten Willen Als das Mi'kmaq-Volk mit den Europäern zu handeln begann, stand der Aufbau von Beziehungen für sie an erster Stelle Europäische Güter hatten auch Vorteile für die Mi'kmaq Die Europäer tauschten Metallwaren, die die Mi'kmaq sehr nützlich fanden, gegen alte Biberpelze, die die Mi'kmaq einfach ersetzen konnten Die Europäer wollten lieber alte Pelze, die die Mi'kmaq schon getragen hatten Die langen, äußeren Haare waren schon heruntergefallen und ließen das flaumige Unterfell aufgedeckt In Europa verwendeten Hutmacher dieses Unterfell, um Filz herzustellen Die Mi'kmaq tauschten ihre, für sie, alte Kleidung gegen Metallwaren wie Messer, Äxte, Töpfe, Kessel und Nadeln Sie schätzten diese europäischen Waren, weil sie dauerhaft und nützlich waren Mit Metalltöpfen konnten die Mi'kmaq zum Beispiel direkt über dem Feuer kochen Davor hatten sie ihr Essen in Behältern zubereitet, die auf erhitzte Steine gelegt wurden Diese neue Methode war schneller und brauchte weniger Brennholz Die Mi'kmaq konnten ihre Bedürfnisse mit weniger Ressourcen und Mühe stillen Diese Bilder sind Beispiele von europäischen Handelsgütern Dieser Kessel ist ein Replikat Warum schätzten die Mi'kmaq Kessel, Töpfe und Messer aus Metall? Beantworte Wie würdest du die Handelsbeziehung beschreiben, die sich zwischen den Mi'kmaq und den europäischen Fischern entwickelte? Deiner Meinung nach, inwiefern war die Beziehung für beide Seiten günstig oder ungleich? Warum? Die Tragödie der Biotog Das Biotog-Volk lebte in Neufundland und begegnete, genau wie die Mi'kmaq, Europäern, die im 16. Jahrhundert kamen, um Kabeljau zu fischen Die Biotog und die Europäer bauten aber keine freundliche Handelsbeziehung auf Warum nicht? Historiker finden diese Frage schwer zu beantworten, weil heute kein Biotog-Mensch mehr lebt Die mündliche Geschichte des Mi'kmaq-Volkes überliefert einige Informationen über die Kultur der Biotog, genauso wie europäische Geschichte Hier ist alles, was wir wissen Von ihrem imperialistischen Standpunkt her, bezweifelten die Franzosen und Briten nicht, dass sie das Recht hätten, Fischerlager und Siedlungen in Neufundland zu errichten Einige dieser Lager und Siedlungen störten aber traditionelle Fanggründe, die die Biotog zum Überleben brauchten Die Biotog nahmen Geräte von französischen und britischen Fischerlagern, vielleicht um die Franzosen und Briten dazu zu bringen, wegzugehen Dies führte zum Konflikt zwischen den Biotog und den Europäern 1713 wurde Neufundland eine britische Kolonie und immer mehr britische Siedler kamen Daraus ergab sich noch ein Konflikt Gemeinsam mit anderen Faktoren wie dem Verlust ihrer Nahrungsversorgung und der Einfuhr europäischer Krankheiten führte dieser Konflikt zum Aussterben der Biotog Wir haben nur wenige Informationen über das Biotog-Volk Unsere Kenntnis von ihnen basiert hauptsächlich auf Artefakten Diese sind Zeichnungen von Artefakten der Biotog Inwiefern ist die Nützlichkeit dieser Artefakte als Informationsquellen über die First Nations begrenzt? Welche anderen Informationen brauchen wir noch? Der Tod von Shona di Tiet Zu Beginn des 19. Jahrhundert versuchten die britischen Siedler in Neufundland, freundliche Beziehungen mit den Biotog aufzubauen Aber die Biotog vermieden den Kontakt Die Briten reagierten darauf, indem sie Biotog-Menschen gefangen nahmen Sie wollten die Biotoker beschenken und zu Friedensbotschaftern machen Diese Versuche fingen gewalttätig an oder gingen gewalttätig zu Ende Und deshalb scheiterten sie 1823 nahmen britische Pelzjäger eine junge Frau namens Shona di Tiet gefangen Zusammen mit ihrer Schwester und Mutter Shona di Tiet Er trank, während er versuchte seine Familie zu retten Die Pelzjäger brachten die Frauen nach St. John's, wo die Briten sie beschenkten und sie danach zurück zum Ort brachten, wo sie sie gefangen hatten Scharnaditz Mutter und Schwester starben bald danach und Shona di Tiet, die ihr Volk nicht wiederfinden konnte, ging nach St. John's zurück 1828 realisierte einer der britischen Siedler, William Cormack, dass die Biotog bald völlig verschwinden würden Mit Shona di Tiet versuchte er, eine Aufzeichnung der Kultur und Geschichte der Biotog zu erstellen, aber er sprach ihre Sprache nicht und sie war schon an Tuberkulose erkrankt Shona di Tiet starb 1829, als letzte ihres Volkes Die Tuberkulose, eine ansteckende Krankheit, die meistens die Lungen angreift Diese Abbildung von Shona di Tiet wurde 1915 in einem Buch über das Biotog-Volk von James P. Howley veröffentlicht Britische Siedler benannten sie in Nancy um und ließen sie als Kindermädchen arbeiten Was meinst du? Warum gaben die Briten ihr einen neuen Namen? Shona di Tiet zeichnete diese Bilder im Jahr 1829 bevor sie starb, als letzte ihres Volkes Ihre Bilder sind die einzigen Aufzeichnungen von einer Biotog-Person, die wir haben William Cormack, ein britischer Siedler, der sich bemühte, die Biotog-Gesellschaft zu verstehen, machte englische Notizen auf Shavnadits Zeichnungen Beantworte Historischer Kontext behandelt die Umstände und herkömmlichen Werte und Einstellungen, die Ereignisse aus der Vergangenheit prägten Als Shona di Tiet starb, war ihr ganzes Volk verschwunden Zähle wenigstens drei wichtige Faktoren über den historischen Kontext dieses tragischen Ereignisses auf Französische Entdecker in Kanada Bereite dich vor In diesem Abschnitt gibt es Informationen über zwei der frühesten und wichtigsten Entdecker von dem Land, das später Kanada wurde, die französischen Entdecker Jacques Cartier und Samuel de Champlain Die Geschichte von diesen Entdeckern berührt alle Hauptfragen in diesem Kapitel, siehe Seite 37, darunter auch eine, die wir bis jetzt nicht untersucht haben Welche Rolle spielten die First Nations in der europäischen Erforschung von Nordamerika? Für jeden Entdecker, suche nach Beweisen für ihre Motivationen zu den Entdeckungsreisen Beweisen für eine imperialistische Einstellung zu den First Nations Beweisen für die Rolle von First Nations bei ihren Entdeckungsreisen Welche Art von Tabellen würde dir helfen, Notizen zu diesem Abschnitt zu machen? Schlage die Möglichkeiten im Kompetenzbereich am Ende des Buches nach Jacques Cartier 1524 finanzierte Angri II, König von Frankreich, eine Entdeckungsreise angeführt von dem italienischen Seefahrer Giovanni da Verrazano, um die Küste von Nordamerika zu erforschen Frankreich wollte zum Teil die geografischen Zusammenhänge besser verstehen Gehörte das Land, das Kolumbus im Namen Spaniens beansprucht hatte, zum Land, das Kaboto im Namen Englands beansprucht hatte Was meinst du? Warum wollte Frankreich das wissen? Verrazano stellte fest, dass es so stimmte Zehn Jahre später, im Jahr 1534, finanzierte der König die nächste französische Entdeckungsreise nach Nordamerika, angeführt von dem Entdecker Jacques Cartier Cartier erhielt einen anderen Auftrag als Verrazano Der König wollte, dass Cartier einen Seeweg nach Asien durch Nordamerika finden sollte Cartier sollte bestimmte Inseln und Länder entdecken, wo man sagt, dass es eine große Menge von Gold und anderen kostbaren Dingen zu finden gibt Er gab Cartier die Vollmacht, diese Länder im Namen Frankreichs zu beanspruchen Mehrere Gemälde von Cartier existieren, aber keiner der Künstler wusste genau, wie Cartier aussah Dieses berühmte Gemälde, von Theophile Hamel, stammt etwa aus dem Jahr 1844 Viele spätere Darstellungen von Cartier richteten sich nach Hamels Arbeit Welche Hinweise enthält dieses Gemälde auf die Einstellung des Künstlers gegenüber Cartier? Erste Begegnungen Am 24. Juni, 1534, schrieb Cartier seine erste Begegnung mit einer MIG-Mark-Person auf Welchen Beweis gibt es im nachfolgenden Absatz dafür, dass die First Nations der Ostküste schon Erfahrung im Handeln mit Europäern hatten? 24. Juni, 1534 Ein Mann kam in Sicht, der an der Küste entlang unserem Langboot hinterherlief, und er machte Zeichen, dass wir einem Landstück näher kommen sollten Und als wir diese Zeichen gesehen haben, begannen wir auf ihn zuzurudern, aber als er bemerkte, dass wir auf ihn zukamen, rannte er weg und floh vor uns Wir landeten ihm gegenüber und legten ein Messer und eine Scherpe aus Wolle auf einen Zweig, dann kehrten wir zu unseren Schiffen zurück Wenn du dieses Buch liest, wirst du bemerken, dass zitierte Abschnitte oft als adaptiert beschrieben werden Adaptierte Abschnitte enthalten Veränderungen, die überarbeitet wurden, damit sie einfacher zu lesen sind Der Abschnitt oben ist jedoch ein Originalzitat mit Klammern und Ellipsen, die hinzugefügte oder übersprungene Wörter markieren Wenn du den nächsten zitierten Abschnitt liest, vergleich ihn mit diesem und denk über die Vor- und Nachteile von Adaptierung solcher Primärquellen nach Katir trat in Kontakt mit einigen First Nations, dazu gehörten die M. Ickmark und das Volk aus zwei Siedlungen entlang des St. Lorenz-Stroms, Stadakona und Hochillager Am 6. Juli, 1534 schrieb Katir eine Begegnung in der Nähe von der Gasper-Halbinsel mit einigen Menschen aus Stadakona auf Er und ein Teil seiner Mannschaft verließen das Schiff in einem Langboot, ein Boot mit Rudern, damit sie das Ufer erforschen konnten Vergleich diese Begegnung mit der früheren Begegnung Was ist ähnlich? Was ist unterschiedlich? 6. Juli, 1534 Wir erblickten zwei Kanuflotten, die aus insgesamt 40 oder 50 Kanus bestanden, als sie eine Bucht von einer Seite zur anderen überquerten Als eine der Flotten die Küste erreichte, sprangen viele Leute heraus und brachen in Gezeter aus Sie machten häufig Zeichen, dass wir landen sollten und hoben einige Fälle auf Stöcken Aber wir waren nur ein Langboot und wir mochten nicht gehen, also ruderten wir zur anderen Flotte hin, die noch immer auf dem Wasser war Die Leute an Land sahen, dass wir wegruderten und sie folgten unserem Boot in ihren Kanus Sie zeigten Zeichen von Freude und von ihrem Wunsch, mit uns befreundet zu sein Wir winkten ihnen zu und zeigten, dass sie zurückkehren sollten, was sie aber nicht machten Und sie paddelten so kräftig, dass sie bald unser Langboot mit ihren sieben Kanus umringten Und als sie neben unserem Langboot waren, schossen wir aus zwei Pistolen, was sie derart erschreckt hat, dass sie begannen, in großer Eile wegzupaddeln und uns nicht mehr folgten Sprachen sind lebendig Cartiers Reisen inspirierte den Ausdruck vor Komme Diamants to Canada, falsch wie Diamanten aus Kanada Der Ausdruck wurde nach 1543 in Frankreich und im restlichen Europa weit bekannt, als Cartier mit Reichtümern zurückkehrte, die er in Kanada gefunden hatte Aber seine Diamanten waren nur Quarzkristalle und sein Gold nur Eisenpürit Cartier war blamiert und Frankreich stoppte für die nächsten 50 Jahre alle Expeditionen nach Kanada Weißt du schon? Kanadas Name stammt von einem Wort aus der Sprache, die das Volk aus Stadakona sprach, eine Sprache verwandt mit Irokesisch Kanada ist eine Variante von Kanata, das heißt, Dorf oder Siedlung Ein schwieriger Winter Während seiner zweiten Reise wurde Cartier wegen Eis dazu gezwungen, einen unangenehmen Winter in einem Lager neben der Siedlung in Stadakona zu verbringen Er hatte das Volk von Stadakona beleidigt, indem er gegen ihren Willen nach Hochillager gereist war, und Cartier sorgte sich, dass sie vielleicht angreifen würden Cartiers Mannschaft erkrankte an Skorbut Cartier versuchte zu verheimlichen, wie krank seine Mannschaft war, aber das Volk von Stadakona fand es trotzdem heraus Sie gaben Cartier ein Heilmittel, einen T-Reich an Vitamin C aus den Nadeln von einem weißen Zederbaum Im folgenden Frühling erstattete ein unbekanntes Mitglied aus Cartiers Mannschaft, der Aufzeichnungen über die Reise machte, den folgenden Bericht Cartier beschloss, die Stadakona auszutricksen und Donakona mit vier anderen Personen, unter anderem Donakonas Söhne, gefangen zu nehmen Er hatte sich entschieden, Donakona nach Frankreich zu nehmen, damit Donakona dem König von den Wundern erzählen könnte, die er in den Ländern des Westens gesehen hatte Donakona hatte uns schon zugesichert, dass es eine riesige Menge Gold, Rubinen und anderer Reichtümer im Westen gab Cartier nahm fünf Personen aus Stadakona gefangen und nahm sie nach Frankreich mit Alle starben in Frankreich, weil sie keine Immunität gegen europäische Krankheiten hatten Beantworte Erster stell dir vor, dass Cartier dich von seinem Plan unterrichtet, die Stadakonia mit nach Frankreich zu nehmen Welchen Rat würdest du ihm geben? Bedenke, dass Entdecker zu Cartiers Zeit ihre eigenen Expeditionen nicht finanzierten Sie hatten in der Regel Geldgeber, wie ZB-Monarchen und Händler Um den Wert ihrer Reisen zu zeigen, brachten Entdecker häufig Menschen, Pflanzen und Tiere aus anderen Orten zurück Wie prägte die Idee von Imperialismus eine solche Praxis? Zweiter Was ist der Zweck von einem Tagebuch? Warum führen Leute Tagebücher? Warum bewahren sie Tagebücher auf? Welche nützlichen Informationen könnten Tagebücher enthalten? Moment in der Geschichte Cartier errichtet ein Kreuz auf der Gaspe-Halbinsel 1534 beschrieb Cartier die Errichtung eines Kreuzes auf der Gaspe-Halbinsel, der auch die Leute aus Stadakona zuschauten Am 24. Juli hatten wir ein Kreuz 30 Meter hoch gebaut Unter dem Kreuzstab befestigten wir ein Holzbrett eingeritzt mit großen Buchstaben, die lauteten Lang lebe der König von Frankreich Wir errichteten dieses Kreuz in ihrem Beisein, und sie sahen zu, als es zusammengebaut und aufgestellt wurde Und als es aufgerichtet war, warfen wir Franzosen uns auf die Knie, falteten die Hände, und beteten vor ihnen das Kreuz an, und wir machten ihnen Zeichen, indem wir zum Himmel aufsahen Sie zeigten viele Gästen von Bewunderung und drehten sich, um sich das Kreuz anzuschauen Als wir zu unseren Schiffen zurückgekehrt waren, kam der Häuptling in einem Kanu mit drei von seinen Söhnen und seinem Bruder Aber sie kamen nicht so nah an die Schiffe heran, als sie es normal erwiese gemacht hatten Und als er auf das Kreuz zeigte, hielt er eine Rede während er das Kreuzzeichen mit zwei Fingern machte Er zeigte danach auf das Land Ringscherum, als ob er sagen wollte, dass das ganze Gebiet ihm gehöre, und dass wir dieses Kreuz ohne seine Erlaubnis nicht hätten errichten dürfen Wir erklärten ihm durch Zeichen, dass das Kreuz errichtet worden war, um als Wahrzeichen und Wegweiser für die Einfahrt in den Hafen zu dienen, und dass wir bald mit Eisenwaren und Nahrungsmitteln zurückkommen würden Sie machten uns Zeichen, dass sie das Kreuz nicht abreißen würden, aber gleichzeitig hielten sie noch mehrere Reden, die wir nicht verstanden haben Diese Darstellung von Cartier bei der Errichtung des Kreuzes wurde 1908 für eine Zeitung in Montreal entworfen Welche Ansicht drückt die Darstellung über dieses Ereignis aus? Welche Hinweise zur Ansicht der Zeitung enthält sie? Beantworte Cartier macht hier Annahmen über die Gedanken des Volkes von Stadakona Welche Annahmen? Scheint es, dass seine Annahmen gut sind Warum oder warum nicht? Samuel de Champlain Nach Cartier finanzierte Frankreich für die nächsten 50 Jahre keine offiziellen Erforschungsexpeditionen mehr nach Kanada Genau wie die Briten fischten sie aber weiter vor der Ostküste Sie handelten weiter mit den MIGMARC und den INNO und stritten weiter mit den BEOTUG Das Jahr 1603 war ein Wendepunkt in dem französischen Interesse an Nordamerika In jenem Jahr verfolgte Samuel de Champlain die Reisen Cartiers und erforschte den St. Lorenz, Strom Er besuchte Tart-Ossac, ein Handelszentrum der INNO 1604 kehrte er nach Kanada als Teil einer Expedition zurück, um die erste französische Kolonie in Nordamerika, Port Royal in Arkadien, zu gründen 1608 reiste Champlain noch weiter auf dem St. Lorenz, Strom und gründete eine Siedlung in Québec, wo einst Stadakona stand Was geschah mit Stadakona? Historiker sind sich nicht sicher In seinen Tagebüchern berichtete Cartier, dass die Stadakonier im Streit mit einer anderen First Nation waren, möglicherweise den Haudenus Arne Manche Historiker glauben, dass vielleicht Krieg die Siedlung zerstört hat Cartier beschrieb auch eine Epidemie unter den Stadakonieren, also vielleicht haben die Pocken oder eine andere europäische Krankheit das Volk vernichtet Was wir mit Sicherheit wissen, ist das 70 Jahre später, als Champlain imst Lorenz' Gebiet ankam, nichts mehr von Stadakona oder Hochelager übrig geblieben war Aus der französischen Siedlung in Québec reiste Champlain tief ins Inland von Nordamerika Champlain etablierte Québec auf dem ehemaligen Gelände von Stadakona In der Algonquin-Sprache bedeutet Québec, wo der Fluss sich verengt, die Inno, Kichesiprini, Anishinabe und Odawa-Völker sprachen alle Algonquin-Sprachen Eine Untersuchung von Champlains Tagebuch Ein guter Detektiv, genau wie ein guter Historiker, weiß, dass ein Tagebuch viel über eine Person verraten kann, ihre Motive, Mittel und Kontakte Champlain schrieb ausführlich über seine Reisen und sein Leben in Kanada Was kannst du über seine Aktivitäten anhand seiner Schriften verstehen? Die folgenden Auszüge stammen aus Champlains Schriften über seine Reise im Jahr 1604 Eintrag Raute 1 Könige und Prinzen sollen das Wissen über den wahren Gott verbreiten, durch die Bekehrung einer unbegrenzten Anzahl von Wilden zum Katholizismus, die ohne Glaube, ohne Gesetz und ohne Wissen über den wahren Gott leben Eintrag Raute 2 Ich beschreibe nicht in allen Einzelheiten die Versuche von fremden Ländern, einen Seeweg nach Ostindien zu finden Es zeigt nur, wie groß die Ehre für den Entdecker wäre, der einen Seeweg finden könnte und wie groß der Vorteil für den Staat oder das Reich wäre, der ihn besitzen würde Unserer Meinung nach ist diese Unternehmung immer noch wertvoll Sie kann vollendet werden, unter der Voraussetzung, dass Seine Majestät die Unternehmer eines so lobenswerten Projekts unterstützen wird Eintrag Raute 3 Viele Prinzen strebten danach, eine nördliche Route nach China zu finden, um ihren Handel mit dem Orient zu erleichtern Ihr Misserfolg und Elend haben uns Franzosen dazu veranlasst, eine dauerhafte Siedlung in den Ländern, die wir jetzt Neufrankreich nennen, zu errichten Wir haben es versucht, in der Hoffnung, dieses Ziel dadurch einfacher zu erreichen Champlain ist bekannt als der Vater von Neufrankreich Er etablierte 1608 die erste dauerhafte europäische Siedlung aus Kanada in Quebec und hielt sie durch ständige Arbeit und Zielstrebigkeit in Gang Er war der erste Europäer, der den Ottawa-Fluss und die großen Seen gesehen hatte und seine haargenauen Landkarten wurden für spätere Entdecker sehr wichtig Die folgenden Auszüge stammen von Champlains Schriften über seine Reise im Jahr 1608 Hier beschreibt er Begegnungen mit den Kichesiprini und Inno-First-Nations Eintrag Raute 4 Sie ördemons wollte versuchen, eine Siedlung zu errichten und bat seine Majestät um einen Auftrag Nachdem dieser erteilt wurde, traf er große und teure Vorbereitungen Mit diesen Ausgaben fuhr er für drei aufeinander folgende Jahre fort Aber er wurde dazu gezwungen, sein ganzes Projekt aufzugeben und seine Mühe und seinen Proviant für seine Siedlung aufzuopfern Da aber ein Bericht über die Fruchtbarkeit des Bodens von ihm gemacht worden war und einer von mir über die Möglichkeit, einen Seeweg nach China zu entdecken befahl seine Majestät Sie ördemons neue Vorbereitungen zu treffen und weiterzumachen, womit er schon angefangen hatte Eintrag Raute 5 Nun, nachdem sie ördemons sich mehrmals mit mir beraten hatte, über seine Absichten was die Erforschung betrifft beschloss er, solch eine edele und verdienstvolle Unternehmung fortzusetzen trotz aller Schwierigkeiten und Mühen der Vergangenheit Er ehrte mich, indem er mich als Leutnant für die Reise ernannte und, um sein Ziel zu erreichen, ließ er zwei Fahrzeuge ausstatten Sie ördemons erhielt einen Auftrag von seiner Majestät für ein Jahr wobei nur er Pelze mit den Wilden handeln dürfte, um für die Kosten dieser Reise aufzukommen Eintrag Raute 6 Ich habe es geschafft, einige Teile des Sakenei-Flusses zu besichtigen Was für ein schöner Fluss Ungefähr 50 Meilen von dem Hafen entfernt gibt es einen großen Wasserfall Die Wilden sagten mir, dass sie nach dem ersten Wasserfall noch acht weiteren begegnen und dann verbringen sie eine Tagesreise, ohne einen einzigen zu finden Danach fahren sie an zehn weiteren vorbei und gelangen an einen See, für dessen Überquerung man drei Tage braucht Im Hinblick auf diesen Fluss habe ich Folgendes festgestellt Ich wollte ihn schon seit langem erforschen, aber ich konnte es ohne die Wilden nicht tun und sie wollten nicht, dass ich oder irgendein Mitglied unserer Mannschaft sie begleitete Trotzdem haben sie mir versprochen, dass ich es einmal machen werde Diese Erforschung ist wünschenswert, um die Zweifel vieler Personen an der Existenz eines Sees auszuräumen über den gesagt wird, dass die Engländer hingegangen sind, um einen Weg nach China zu finden Beantworte Erster anhand von Champlines Tagebüchern Welche Rolle spielten die Franzosen und First Nations Völker in der Erforschung von Nordamerika? Benutze Beispiele aus den Tagebüchern, um deine Ansicht zu unterstützen Zweiter Wie könntest du diese Rolle in deiner Briefmarkenreihe von Entdeckern verwenden? Diese Darstellung von Arassel aus dem Jahr 1900 zeigt Führer, die die Entdecker Jacques Marquette und Louis Joliet den Mississippi hinunter begleiten Perspektiven Wie beurteilt man die Vergangenheit? Stell dir vor, dass du ein Forum besuchst, um dieses Thema zu besprechen Sollen wir die Werte unserer Zeit auf die Menschen in der Geschichte anwenden? Du könntest vielleicht Menschen treffen, die solche Meinungen über die Erforschungsreisen von Kaboto, Katir und Champlain äußern Sprecherraute 1 Die Taten einiger europäischer Entdecker aus dem 16. Jahrhundert würden heute als nicht akzeptabel gelten Aber jene Entdecker hatten andere Werte und Einstellungen als wir Wir sollen sie nicht beurteilen, denn sie benahmen sich nach den Prinzipien, die die meisten Europäer in der Zeit für richtig hielten Im Rahmen ihrer Zeit waren ihre Taten nicht falsch Sprecherraute 2 Menschenrechte sind universell Sie verändern sich weder von Ort zu Ort, noch von Zeit zu Zeit Europäische Entdecker verletzten manchmal die Menschenrechte von First Nations Völkern Europäer glaubten, sie wären besser als andere Völker und auf diese Weise rechtfertigten sie ihre Taten Aber dieser Glaube war falsch und er führte zu Menschenrechtsverletzungen, die nicht richtig waren Sprecherraute 3 Entscheidend ist, was wir von der Geschichte lernen und wie Geschichte unsere heutige Handlungsweise prägt Geschichte erzählt uns, wie wir hierher kamen und erklärt die gesellschaftlichen Merkmale, die wir heute aufweisen Wir können heute unsere Gesellschaft ändern, aber wir können nicht die Vergangenheit ändern Also, was soll es nützen, wenn wir die Vergangenheit beurteilen? Sprecherraute 4 Wir sollen die Werte der Entdecker und der Europäer zu ihrer Zeit sowohl verstehen als auch beurteilen Heute in Kanada sollen wir Respekt vor verschiedenen Völkern und Kulturen fördern Wenn wir Beispiele von Intoleranz erkennen, in der Vergangenheit oder jetzt, sollen wir etwas sagen Es hilft uns, uns daran zu erinnern, wer wir sind und wer wir sein wollen Beantworte Die Aussage von welchem Sprecher passt am besten zu deiner eigenen Meinung Erkläre deine Meinung und verteidige sie mit Beispielen aus Cartiers und Champleins Tagebüchern Das große Ganze im Blick behalten Samuel de Champlein war ein begabter Kartenzeichner oder Kartograf Diese Landkarte stammt aus dem Jahr 1632 und zeigt den Nordosten Nordamerikas Champleins Landkarte ist in vielfacher Weise richtig, aber in vielfacher Weise auch falsch Benutze eine moderne Landkarte von Nordamerika aus einem Atlas oder von einer Onlinequelle und vergleiche Champleins Landkarte mit unserer heutigen Kenntnis von der Geografie in diesem Gebiet von Nordamerika Beantworte Erster, wie unterscheidet sich Champleins Landkarte von einer modernen Landkarte? Erkennst du Ähnlichkeiten zwischen den zwei Landkarten? Wo ist Champleins Landkarte am genauesten? Warum? Schlage auf Seite 386 im Kompetenzbereich nach, um Hinweise zum Kartenlesen zu finden Zweiter der Rand von Champleins Landkarte repräsentiert die Grenzen von Champleins Wissen Anhand der Informationen, die du bis jetzt gelesen hast, was würde einen französischen oder britischen Entdecker über den Rand von Champleins Landkarte treiben? Erstelle eine Liste von Missionen und Fragen, die eine solche Landkarte erzeugen könnte Entdecker und Identität Bereite dich vor Kanadas Vergangenheit ist zum Überlaufen voll von bewegten und oft tragischen Geschichten von europäischen Entdeckern Diese Entdecker gingen enorme Risiken ein und hatten es oft sehr schwer Während du diesen Abschnitt liest, denk an diese Hauptfrage des Kapitels Warum ist die Geschichte von europäischer Erforschung noch heute wichtig? Der britische Entdecker Morton Phrobischer reiste 1576 in die Arktis, mit Schiffen voller Handelsgüter für Asien Leinen, Seidenbände, Schnüre, Tücher aus Gold, Samt, Strohhüte für Kinder, Hundehalsbänder, Spiegel, Geldbeutel aus Seide, Kämme, Ringe aus Gold und Silber, und falsche Perlen, Diamanten, Rubinen und Smaragde Frohbischer kehrte nach Britannien zurück, frachtintakt, mit einem Stück Eisenpürit, das er gefunden hatte, und behauptete, dass es Gold wäre Obwohl ein britischer Experte das Stück als falsch erklärte, fand Frohbischer einen italienischen Experten, der anderer Meinung war Britannien schickte Frohbischer zurück in die Arktis, wo er 1000 Tonnen Eisenpürit abbaute Aber er fand kein Gold 1610 verließ Henry Hudson Britannien mit dem Ziel eine Nordwestpassage zwischen Europa und Asien zu finden Sein Schiff Discovery wurde 1611 im Eis der Hudson Bay eingeschlossen Seine Mannschaft verbrachte den Winter im Kampf gegen den Skorboot und das Verhungern Im Frühling wollte Hudson weiter erforschen, aber seine Mannschaft rebellierte Sie ließen Hudson, seinen Sohn und sieben andere in einem kleinen Boot zurück Die mündliche Geschichte der Cree erzählt, dass Hudson starb und dass Mitglieder der Woodland Cree seinen Sohn adoptierten Dieser Stich stammt von einem Gemälde von Henry Hudson, gemalt 1881 von John Collier Der Künstler stellte Hudsons Sohn als einen kleinen Junge dar, aber er war eigentlich 20 Jahre alt, als die Mannschaft der Discovery ihn und seinen Vater in der Hudson Bay aussetzte Wie beeinflusst das Alter des Sohnes auf dem Gemälde die Botschaft? René Robert Cavalier de la Salle war der erste französische Entdecker, der den Mississippi den ganzen Weg hinunter bis zum Golf von Mexiko bereiste Er ist berühmt dafür, dass er ein riesiges Gebiet zwischen den großen Seen und dem Golf von Mexiko im Namen Frankreichs beanspruchte La Salle war eine schillernde Figur Er verfälschte manchmal die Wahrheit, um seine Karriere zu fördern 1679 führte er zum Beispiel eine Expedition zum Gebiet der großen Seen Er sagte, dass er Irokesisch sprechen konnte, die Sprache der Haudenosaunee, aber als die Expedition das Land der Haudenosaunee betrat, wurde klar, dass La Salle in der Tat eigentlich kein Irokesisch sprechen konnte Später, nachdem er den Mississippi erforscht hatte, hoffte er darauf, Mexiko zu erobern In dem Bemühen, seinen Plan zu fördern, kartierte er die Mündung des Mississippi westlich des tatsächlichen Ortes Der Plan war für La Salle und seine Mannschaft katastrophal Einige Mitglieder seiner Mannschaft rebellierten und erschossen La Salle 1687 in Texas Pierre Gaultier de la Verentreille war in Neufrankreich geboren Er war Soldat und lebte danach 16 Jahre lang als Bauer 1731, als er 43 Jahre alt war, was damals sehr alt war, beschloss er, Entdecker zu werden Er hatte das Kommando über französische Militärforts übernommen und hörte Berichte von den Anishinabe über einen großen See im Westen Er reiste westlich der großen Seen und suchte einen Seeweg nach Asien Währenddessen baute er Forts, um die französische Kontrolle über den sich ausbreitenden Pelzhandel sicherzustellen Zwei seiner Söhne führten seine Suche nach Westen fort und wurden die ersten Nicht-Ureinwohner, die die Great Plains bereisten und die Rocky Mountains zu Gesicht bekamen La Salles Erforschung gab Frankreich Anspruch auf ein riesiges Gebiet im Inland von Nordamerika Sprachen sind lebendig Leute spotteten über La Salle, dass er keinen Seeweg nach Asien fand, und nannten sein Land entlang des St. Lorenz, Stroms La Chine, China Heute ist dieser Ort La Chine, Québec, in der Nähe von Montreal Marton Abbey, ein respektierter Leiter der Dänesoline, reiste zwei Jahre lang mit dem britischen Entdecker Samuel Hearn, als dieser einen Seeweg nach Asien im Westen der Hudson beisuchte Hernes Tagebuch beschreibt die harten Bedingungen, die sie wegen der Kälte und wegen Hunger durchlebten, und wie Herne alle seine Zehnegel durch Erfrierung verlor Aber Marton Abbey und Herne überlebten Fast alle Europäer, die das Inland Kanadas erforschten, waren von Führern der First Nations abhängig, die sie mit Transportmitteln und Proviant ausstatteten, und die ihre Kenntnis vom Land teilten Wir wissen die Namen der europäischen Entdecker, aber nur selten die Namen von ihren Führern Alexander McKenzie, ein britischer Entdecker, erreichte als erster Europäer die Westküste Kanadas, über Land Zuerst reiste er 1789 den McKenzie River hinunter, der nach ihm benannt wurde, in der Hoffnung, dass er sich nach Westen wenden würde und ihn zum Pazifischen Ozean bringen würde Der McKenzie River fließt aber zum Arktischen Ozean Vier Jahre später folgte McKenzie dem Peace River ins Inland von British Columbia und fuhr weiter nach Westen bis zum Pazifik fort McKenzie hinterließ eine der coolsten Inschriften in Kanada, geätzt auf einen großen Felsblock in der Nähe des heutigen Dorfes Bella Coola, BC Sie lautet Alexander McKenzie, from Canada, by Land, 22 ND, July 1793 Eine Zeittafel der Erforschung Diese Zeittafel listet einige der größten europäischen Entdecker von Nordamerika auf Anhand der Informationen, die hier beschrieben werden, erkennst du irgendwelche Muster? Denk an die Nationalitäten und Berufstätigkeiten der Entdecker und wie diese Elemente sich im Laufe der Zeit veränderten Daten und der Erforschung 1497, 1498 Giovanni Caboto, italienischer Seefahrer, Entdecker für Bretannien 1524 Giovanni da Verrazzano, italienischer Seefahrer, Entdecker für Frankreich 1534 1536 Jacques Cartier, französischer Seefahrer, Entdecker 1576 1578 Martin Frobischer, britischer Seefahrer, Entdecker 1603 1603 1615 Samuel de Champlain, Vater von Neufrankreich, eine französische Kolonie in Nordamerika, französischer Pelzhändler, Entdecker 1610 1611 Henry Hudson, britischer Seefahrer, Entdecker 1673 1674 Jacques Marquette und Louis Joliet, französischer Missionar, Marquette, Entdecker 1678 1678 1682 René Robert Cavalier de la Salle, französischer Pelzhändler, Entdecker 1731 1742 Pierre Gaulle Thier de la Ferrande, französischer Pelzhändler, Entdecker 1770 1772 1770 Samuel Herne, britischer Pelzhändler, Entdecker 1789 1793 Alexander Mackenzie, britischer Pelzhändler, Entdecker 1797 1892 1812 David Thompson, britischer Pelzhändler, Entdecker 1845 1847 John Franklin, britischer Marineoffizier, Entdecker Beantworte 1. Wie klärt eine Zeittafel Informationen über die Vergangenheit auf? 2. 2. Manche Leute verbinden die Wildnis mit kanadischer Identität Was meinst du? Wie können die Erfahrungen der europäischen Entdecker die Ideen von Kanadieren über die Wildnis geprägt haben? Überleg dir welche Ansicht die europäischen Entdecker über die Wildnis vielleicht hatten. Wie könnte diese Ansicht sich von der Perspektive der First Nations, wie ZB der Anishinabe, im Igmark und Haudenosaunee, unterscheiden? Warum? Geschichte geschieht Entdecker Geheimnis gelöst Von Beatrix Kraneös, der zeitreisenden Reporterin Edmonton, 1987 Dort ist er Genau dort ist er, keuchte einer der Forscher. Sie scharrten sich um den Sarg und starrten stumm auf das Gesicht. Es war John Thornton, der im Alter von 20 Jahren am 1. Januar 1846 gestorben war. John Thornton war Mitglied von Sir John Franklins letzter Expedition gewesen. Franklin war einer der letzten Entdecker, der nach einer Nordwestpassage suchte, einem Seeweg nach Asien durch das arktische Gewässer Nordamerikas. 1845 segelte er von Britannien aus mit einer Besatzung von 129 Männern. Keiner kehrte zurück. Die britische Regierung und Randy Franklin finanzierten viele erfolglose arktische Missionen, um irgendwelche Spuren der verschwundenen Mannschaft zu finden. 1850 fanden Sucher drei Gräber auf der Bichy-Insel. 1859 tauchten einige rätselhafte Spuren auf der King-William-Insel auf. Franklins Mannschaft hatte zwei Notizen hinterlassen, aus den Jahren 1847 und 1848, die erklärten, dass die Schiffe der Expedition im Eis eingeschlossen worden waren. Sie sagten, dass 24 Männer gestorben waren, unter ihnen Franklin, und dass noch 105 Überlebende sich entschieden hatten, nach Süden zu gehen, um offenes Wasser zu finden. Der Pfad nach Süden zeigte, dass die Mannschaft ein Boot, vollgepackt mit nutzloser Ausrüstung, nachgeschleppt hatte. Zwei Skelette liegen immer noch im Boot, mit einem Haufen Taschentüchern aus Seide, Knopfpolitor und Gardinenstangen. Was könnte die Mannschaft gedacht haben? Sie hatten nichts eingepackt, was zum Überleben nützlich gewesen wäre. Es schien verrückt. 1984 führte Dr. Owen Beatty von der Universität von Alberta ein Team von Forschern nach Beachy Island, auf der Suche nach Beweisen, um eine Theorie aufzustellen. Beatty ist ein besonderer Anthropologe, er hat forensische Anthropologie studiert. Er nutzt Sachbeweise, um die Vergangenheit zu erforschen, wie ein Tatortermittler. Vor drei Jahren hatte Beatty Knochenproben von den Skelettresten von einem der Männer von Franklins Mannschaft auf King William Insel gesammelt, und er machte eine unerwartete Entdeckung. Untersuchungen der Knochenproben deckten erhöhte Bleikonzentrationen auf. Blei, das wusste Beatty, kann echt verrückt machen. Hatte es Franklins Mannschaft verrückt gemacht? Blei in den Knochen von einem Skelett war aber kein Beweis. Beatty brauchte mehr davon, und den besten Beweis könnte er in Proben von den Haaren und Nägeln der Mannschaft finden. John Torringtons Leichnam, eingefroren seit mehr als 100 Jahren, ermöglicht einen Einblick in das rätselhafte Verschwinden der Franklin-Expedition. Die Skelette auf King William Insel hatten keine Haare oder Nägel übrig, aber Beatty glaubte zu wissen wo er einen Leichnam finden könnte der noch besser erhalten war, in einem der drei Gräber auf der Bichy-Insel, wo John Torrington begraben liegt. Beatty und sein Forschungsteam schlugen im August 1984 ihr Lager auf der Bichy-Insel auf. Sie brauchten Tage, um durch das Eis zu hacken, das Torringtons Sarg bedeckte. Da drinnen lag der Leichnam im Eis eingeschlossen. Ein blauer, wollener Lappen bedeckte sein Gesicht. Das Team begann viele Eimer Wasser, gewärmt auf ihren Campingkochern, hintereinander in den Sarg zu gießen. Zuerst tauchte Torringtons Hemd aus dem Eis auf, danach seine Zehen. Zuletzt kam die Bettdecke frei. John Torrington blickte die Forscher nach 138 Jahre an, eingefroren in der Zeit. Sie brachten immer mehr Eimer mit warmem Wasser, bis sie in den Sarg greifen konnten, um Torrington herauszuheben. Torrington schien nur schlaff zu sein, nicht steif oder brüchig, als ob er nur bewusstlos und nicht tot wäre. Die Forscher sammelten Proben aus seinen Organen, Knochen, Fingernägeln und seinem Haar. Danach brachten sie ihn zurück zum Sarg, mit einer Notiz, die erklärte, was sie gemacht hatten. Nach einigen Schweigeminuten füllten sie das Grab wieder auf. Der späterer Laborbefund bestätigte Beatys Vermutung. Nicht lange bevor er starb, hatte Torrington eine größere Menge Blei bekommen. Sie hatte ihn wahrscheinlich nicht umgebracht, aber sie hatte ihn so sehr geschwächt, dass er seine anderen Gesundheitsprobleme, wie Tuberkulose und Lungenentzündung, nicht bekämpfen konnte. Aber woher stammte das Blei? Die Antwort befand sich in den Blechdosen, die die Forscher später auf der Bichy-Insel sammelten. Franklin hatte seine Expedition mit Nahrungsmitteln ausreichend für drei Jahre ausgestattet, aber alle Dosen waren mit Blei abgedichtet worden. Blei hatte die Nahrungsmittel der Expedition von Anfang an vergiftet. Franklins Schiffe, Erebus und Terror, wurden nie gefunden. Dieses Gemälde stammt aus der Fantasie des Künstlers. Warum würde ein Künstler ein historisches Thema malen, das er nicht miterlebt hatte? Mehrere britische Entdecker versuchten, einen Seeweg nach Asien entlang der Nordküste Nordamerikas zu finden, durch die Nordwestpassage. Beantworte Erster hast du ein klares Bild im Kopf vom Ablauf der Ereignisse in diesem Artikel. Erstelle eine Zeittafel von den Ereignissen, die im Artikel genannt werden. Schlage auf Seite 386 im Kompetenzbereich nach, um Hinweise zur Erstellung von Zeittafeln zu finden. 2. Wie prägt Owen Beatys Identität als Wissenschaftler seine Arbeit? Wenn du zum Beispiel mit John Torrington verwandt wärst, würdest du vielleicht seine Arbeit anzweifeln. Warum? Welche anderen Faktoren können die Ansicht über Beatys Arbeit beeinflussen? Kapitel 2 Wiederholung Worum handelte es sich in Kapitel 2? Wie der Imperialismus die europäische Erforschung von Nordamerika beeinflusste Wie First Nations Völker und Europäer miteinander umgingen Wie europäische Erforschung die First Nations Völker beeinflusste Dein Verständnis überprüfen Erster Was ist der Zusammenhang zwischen Imperialismus und den Fahnen und Kreuzen, die Europäer an den Küsten Nordamerikas errichteten? Zweiter Wie unterschiedlich war der Kontakt mit den Europäern für die verschiedenen First Nations? Nenne zwei Beispiele Dritter Was bedeutet es, wenn man ein Ereignis im Rahmen seiner Zeit versteht? Als Teil deiner Antwort erkläre eines der folgenden Ereignissen Das Kidnapping von den Staat akunieren Die Errichtung des Kreuzes auf der Gasper-Halbinsel Die Gründung von Port Royal Vierter Warum ist es wichtig, die Vergangenheit aus einer ausgewogenen Perspektive zu erklären? Nenne wenigstens einen Grund Deine Kenntnisse beweisen Fünfter Wähle eines der Gemälde aus diesem Kapitel aus Wie drückt es die sozialen und ökonomischen Faktoren von Imperialismus aus? Inwiefern repräsentiert es die Ansicht der First Nations? Deine Fähigkeiten einsetzen Sechste Umfragen Fragebögen und Interviews können nützliche Datenquellen sein Um tiefgehende Daten zu erhalten, musst du die richtigen Fragen stellen Denk dir Fragen für die folgenden Themen aus, die sinnvolle, qualitative Antworten hervorrufen werden Wichtige europäische Entdecker Führende Werte europäischer Erforschung Auswirkungen auf First Nations Schau auf deine Arbeit zurück Siebter Welche neuen Einblicke hast du während deiner Untersuchung von europäischer Erforschung in Kanada bekommen? Wie hat sich deine Ansicht durch die neuen Informationen verändert, oder wie wurde deine Ansicht weiter bestätigt? 2. Vielen Dank.